So, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Haunted. So, jetzt sind wir hier gerade immer noch im Screen von dem Optionsmenü. Und damit ihr jetzt mal einen kleinen Einblick in das Optionsmenü bekommt, genauso wie ich, machen wir hier einfach jetzt mal ein Durchschalten. Geld haben wir noch nichts. Wir haben noch nichts herausgefunden. You have not acquired any lore at this time. Gut. Ah, aha, Mana hat er schon benutzt, okay. Auf jeden Fall hat er nicht voll. Kristalle hat zwei, Bastardschwert. Schaden 20, Geschwindigkeit schnell, das ist gut. Ach, wir können ja noch auf die andere schauen, auf die andere. Wo? Äh, ich trage zu viel. Ilara. So, was hat die? Harpy's Talon. Medium. Okay, okay, okay. Interessant. Ach, jetzt drücke ich hier wieder falsch, so. So, und jetzt sind wir wieder hier und jetzt geht weiter. Noch was? Ja, äh, okay. Ja, das wissen wir. Ich glaube, das ist jetzt auch so. Oh, das ist ja auch so. Das sieht auch so aus, als hätten wir irgendwas abgekriegt. Und hier leuchtet wieder irgendwas und ich kann damit nichts machen. Was ist das denn? Ja. So, hier unten am Wasser. Na gut, dann laufen wir halt weiter. Und auft, alles. Fast alles, kurz und klein. Yeah. Das war sogar sehr effektiv. Uh, das ist also der Fury-Bonus-Attack. Was, ist denn noch ein Gegner? Oh, was? Hä? Ja, wo? Hier hinter, hier hinter, hier hinter. Kommt der! Ah ja, später werde ich so verkacken. Ist hier sonst noch irgendetwas? Hier habe ich dich noch gesehen. Ah, jetzt hat sie auch etwas bekommen. Gut, das habe ich jetzt auch gesehen. Nur was ist das? Ah, das sind die Heilungsteile. Gut. Das ist sehr gut. So. Weapon Racks. Zerstören. Damit wir an der Ammo kommen. So weit. Und an neue Waffen. So, links ist unser Bastardschwert und, äh, da kriegen wir ein neues Bastardschwert, was aber etwas besser ist. Ja. Ja. Hui, gut. Meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Das sollte... Weapon in sight. I think that worm food was falling both our legs. Ja, ja. Now, now. A death spirit wouldn't leave her in this world just a lie to us. The Swamps of Despair. Ja, schauen wir mal, was hier zur Verzweiflung führt. Ist das Geld? Juhu. Cool. Und da liegt noch was. Ha. More Cash. Oh, ein richtiger Kapitalist ist das. Gut. Gut. Dann wissen wir schon mal, wie das Geld aussieht. Was ist dort drüben? Können wir da drüber? Ja. Ich will nachher aber auch noch zurück gehen können. Ah, ich will noch wissen, was da hinten ist. Ich kann mich nicht entscheiden, liebe Leute. Tut mir leid. Tut mir leid. Lululululu. Lulululu. Wir gehen ganz freudig und schauen uns noch um. Hier ist nur was Wasser. Da können wir nicht weitergehen. Dann, äh, ja, gut. Ja, weil man sowieso nur eine tragen kann, ist das natürlich sehr, naja. Sehr gut, immer sehr viele mit sich rumzutragen. So, so, was kann ich hier jetzt? Er hat es rockelt. Gag. Hm, nix. Ist dort hinten noch irgendetwas? Ah, schönes Geschnetzeltes. Doubled. Juhu. Kann ich Körperteile abschlagen? Ich glaube auch noch nicht. So, aber... Ne, jetzt glaube ich, wir müssen da lang. Ah, Leute. Tut mir leid, wegen des Hin- und Her-Gerenner, aber... Was ist das jetzt? Nein. Fuck it. Fuck it. Lala, dann gehen wir halt den Hauptweg. Gut, dann wissen wir jetzt auch schon mal, dass es ein paar Secrets gibt oder sowas in der... In der Art. Da, da muss man die Axt sein. In der Art. Jetzt, wenn nur noch ein Weg wäre, um es zu erreichen zu erreichen. Patience. Eine interessante Axt. Hm. Muss man ja sagen. Muss man... Was ist das? Lesen. He, who wishes to wield the Axe of Delaine, must first ignite the burning flame. Gut. Wir brauchen Feuer. Feuer ist zufälligerweise gerade da. Secrets. Interact with the lit brazier to have Illera light her arrow. With the lit... Ja, gut. Mach das mal. Hm. Was sagen die Todesprinie, die über die Flamme zu erlangen? Oh. Stopp das. You can direct your ally with E to help solve some Secrets. Ja. Try setting that on fire. Ja. Ja, schieß mal. Ja, schieß mir in den Rücken. Blöde Sau. Hier. Da, holt schieß noch mal, wenn du besser zielen kannst. Ja, komm, schieß. Geht doch. So, jetzt kommen wir hier irgendwie rüber, oder? Wow. Harry Potter. Das ändert doch sehr stark daran. So, die Waffen dürfen wir jetzt auch aufnehmen. Schön. So. Rare Epic Items. Schön. Ist hier sonst noch irgendwas? Können wir hier rumgehen? Nein. Können wir nicht. Okay. Ausprobieren. Ey. Frost. So. Spirit Guide. Okay. Cool. Dann wissen wir immer, wo wir... Ah, toll. Dann hätte ich das vorhin ja auch nutzen können. Ah, seid ihr lustig. Ja. Okay, aber dann weiß ich das jetzt für die Zukunft. Mit Z können wir uns den Weg weisen lassen. Ja, die Spiele werden echt immer einfacher. Ah. Hüpp. Und weiter. Blocking. Ja, ja, das geht schon. Das geht schon. Ah, dann hält der viel aus. Oh, tschüss. Ja, komm. So, fein. So, keiner musste sich healen. Das ist auch sehr schön. So, der Schild hält ein bisschen mehr aus. Werd' da grad noch rumgekrechtzt. Wir müssen nach rechts. Also gehen wir erstmal... ...nach... ...links. Weil rechts kommen wir nicht hoch. Hier irgendwas? Nein. Da unten hat aber jemand gekrecht. Ach, das ist schön. Schönes Geklopper. Immer auf den Kopf druss. Bam, bam. Ja, du, ich stunden. Hau'n wir auf den Kopf. Blödes Skelett. Da, das ist die Rache für deine Brüder aus Minecraft. Da. So, schön. Also 50 scheint hier wohl der beste Schild zu sein. Jep. Eindeutig. Eindeutig. Wir sind aber noch am Anfang unserer Reise. So. Fein gemacht. Wir kommen ja doch schon ganz gut voran. Ich bin Angst, dass der Gefahr, der vorliegt, liegt, ist größer, als ich es gesehen habe. Aber ich kann euch das Gift des Dragegonsbränen geben. Eine Energieformel von enormem Kraft. Ohne die richtigen Kristallen, wird das Kraft nur temporär, ich bin Angst. Aber es kann euch helfen, dass es die älteren Kriegsgebung vorliegt, die vorliegt, liegt... Huch. Aua. Das sieht schön aus. So, using magic. Press Q to cast spells. Press Q again to fire your spell. Okay. Achso, soll ich jetzt machen? Irgendwie... Hä? Hä? Achso, rechtsklick dafür. Schön. Da. Da. Wow. Das geht jetzt ab. Do you think it's all possible to take the stairs next time? Of all that is holy, what is that stench? I know it's been a while since we've bathed, but it can't be us. Oh, Freunde. Woo! Da geht das Gekloppe gleich schon mal weiter. Weiter, weiter, halbbar, 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 weiter. Da. So, jetzt können wir den Fury-Bonus auch benutzen, um unsere tolle Freundin zu retten. Dann klappt gut. Das ist nur die Frage, wie lange wir hier noch kämpfen müssen. Weil die stehen ja immer wieder auf. Aber das werden langsam auch ein bisschen viel, nisch? Los! Ich habe zu viele Hilfe. Los! Hopp, hopp! Unsere Gefährtin hält sich aber jetzt schön gut. Hopp! Und der hängt einfach mal komisch in die Luft. Ach, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Was? Has been lost. Ach so, ja, den hätte ich ja da auch benutzen können. Ja, das war natürlich auch dann sehr schlau. Na, 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 na. Was zur Hölle ist das? Was? Ah! Ist das der Weg, den wir gehen müssen? Nein! Also, umso besser. Äh, Fury Damage? Nee. Mach mal Feuer! Mach mal Feuer! Und damit dann hier, ne? Ist ja sonst ne Watt. Wir sollen da lang. Nee, aber dann, dann schaue ich erstmal, was hier ist. Ach, sie macht uns dann Licht. Kommt her, Freunde. Gut, dass ihr im Dunkeln leuchtet. Was ist denn da hinten? Hier, mach... Ach, du hast kein Licht mehr. Ja, das ist natürlich cool. Nicht. So, mach mal. So, und jetzt wird durchgerannt. Hier, von Licht zu Licht. Das gefällt mir nicht. Fein, jetzt haben wir aber kein Licht mehr, du blöde Kuhl. Ah. Aber anscheinend hält das auch nicht so sonderlich lange. So, letzter Versuch. Das ist alles so dunkel hier. Ah, aber da ist noch mehr Licht. Wir haben wieder Licht. Wir haben wieder Energie. Wir haben wieder Monster. Ja, und ich überziehe gerade. Darum mache ich hier meinen schnellen Cut und mache dann direkt weiter.